Und hier ist ein Wasser, wie heißt das? Die Mosel. Und hier ist noch ein Wasser, wie heißt das? Das heißt auch die Mosel. Für so ein Spalmosel, das verstehe ich nicht. Na, was ist denn? Hm? Hast du dich verlaufen? Ich habe meine Mutz verloren. Aha. Oh, die werden wir schon finden. Wie heißt denn deine Mutz? Mutz. Und dein Vater? Ich habe keinen, ich habe nur Mutz. Ist das richtiger Wein? Natürlich, was denkst du denn? Trink aber nicht so viel, sonst kriegst du einen Schwips. Prost, Ex. Was ist ein Ex? Wenn man sein Glas ganz ausdrinkt. Prost. Prost. Wie kommt sie denn hier herein? Das kann ich Ihnen leider nicht verraten, gellige Frau. Wir Männer haben unsere Geheimnisse. Du bist doch schon ein großer Junge. Versprich mir, dass du ihm nichts sagst. Nein. Bestimmt nicht. Großes Ehrenwort. Und sie? Was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, sie hat dich auch lieb. Jetzt habe ich endlich meine Ruhe wiedergefunden. Und die möchte ich nicht gefährden. Man lebt nicht, wenn man ruhig lebt in ihrem Alter. Ein Moska in die Küche. Ich muss dich mal was fragen. Ja, was denn? Hast du überhaupt ein Kind? Nein. Meine Krawatte sitzt wieder schief. Wie spät ist es eigentlich? 20 nach 7. Oh Gott, deswegen muss ich in die Oper. Wo ist meine Tasche? Was gibt es denn heute Abend? Figaro, mein Süßes. Tschüss. Wenn ich das Gefühl habe, dass ich dich hier wegnehme, kann ich nicht glücklich sein. Du nimmst mich hier nicht weg. Ich habe hier nie so gehört, wie ich dir gehöre. Sie ist anders als du und ich. Ich habe doch gesehen, wie sehr sie sich gefreut hat, als sie dich wieder sah. Sie wird dich nie aufgeben. Nie. Herrgott, ist es eine Situation. Und Sie denken an den anderen. Woher wissen Sie das? Ich spüre es eben. Ich spüre es eben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020